Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Ja, den Tornado will ich mir nicht kaufen, weil ich finde das sehr, sehr teuer. Ja, ich schaue mal noch hier. Ja, ich habe ein bisschen was gespendet. Hier, ich bin übrigens Level 8. Ich mache mal noch so eine klassische Herausforderung. Oh, die Erinnerpüfen wieder. In der letzten Zeit bin ich sehr schön in Arena 4. Wir kämpfen gegen den Noah. So, mal sehen, wie wir angreifen dann. Dann setzen wir mal noch den Prinz und den Schwein. Ja. Das wäre dann ein ganz großer Fuß. Dann setzen wir mal noch die Probe, die sie tun kann. Dann wäre das eigentlich so ganz gut. Oh nein, das ist ja noch die Bande fallen. Nein. Der ganze Pusch ist auch mal noch. Also, mein Bruder hat mir schon gesagt, dass die Lakaien heute eher als Verteidigung gewinnen soll und nicht als Antrieb. Aber wenn sie dann mal im Turm sind, eigentlich, dann machen sie schon sehr viel Damage. Der Magier ist immer am besten gegen die Lakaien heute. Außer wenn der Magier abgelenkt ist. Das ist dann immer blöd. Das passiert mir häufig. Dann warten wir mal. Wir hoffen dann mal, dass er dagegen was setzt. Oh nein, der Sepp, der kam ein bisschen zu spät. Ja, mein Schwanenretter kann ich hier nicht mehr abwählen. Nein, der hat jetzt schon den ganzen Turm fast down gemacht. Ein Flach. Das ist sehr, sehr gut. Wir setzen mal noch den Prinz hin. Nein, nein, das war nicht so gut. So habe ich dann noch die Lakaien, die, ähm, ja, wieso habe ich dann noch die Probeute dahin gesetzt. Ja, mal den, natürlich mal den Magier. Und, ja, ich setz mal noch den, na, sobald Knurrel ab ein und die Lakaien wurde. Und, ja, dann mache ich mal, ja, nein, 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 dann reproduziert. Oh nein. Dann müssen wir noch kurz den Turm verteidigen. Nein. Hält der das noch auf der Turm? Oh oh. Oh, das war aber richtig. Richtig knapp. Ja. Nochmal plus drei Karten und 70 Coins. Und, ja, gut. Dann haben wir ja schon gewonnen. Ich öffne mal noch gerade die Kronen, äh, nicht die Kronentruhe, die Silbertruhe. Und, ja, 43 Gold, viermal die Lakaien wurde und viermal den Ritter. Dann setzen wir mal noch, dann machen wir mal noch die Kronentruhe auf. Und ich bin sehr, sehr froh, ich bin endlich, wie man es da oben sehen kann, in endlich Arena, äh, Level 8. Und kann, äh, Kämpf machen. Aber ich habe mal gesehen, und ich mache auch mal noch so eine Test für 100 Juwelen. Aber nicht jetzt, weil das ist sozusagen kostenlos, weil ich dafür noch hier unten schließe ein Turnier ab. Und das ist ja ein Turnier. Dann würde ich ja ein Turnier machen und dann würde es ja gehen. Ihr könnt mir mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Ähm, ja, wie gesagt, immer noch ein neues Deck. Und lasst gerne mal ein Abo oder ein Like da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Und dann sehen wir uns das nächste Mal.